Heute möchte ich euch einen kurzen Gruß aus meinem Weihnachtsurlaub senden. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Viel Glück, viel Gesundheit und dass alle eure Ziele und guten Vorsätze für das neue Jahr auch tatsächlich Realität werden. Ich selber habe die Weihnachtsferien unter anderem damit verbracht für das nächste Jahr schon einmal eine ganze Menge an Videothemen zu sammeln, die ich in meinen Videos im Laufe des nächsten Jahres besprechen möchte. Ich habe auch einige Bücher gelesen, die mir sehr gut gefallen haben, die mich inspiriert haben und die mir auch wieder neue Ideen für Videos geliefert haben. Und falls ihr selber irgendwelche Videoideen habt, wünsche, was ihr im Laufe des nächsten Jahres gerne sehen wollt, dann schreibt mir das bitte auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn auch meine Zuschauer mir irgendwelche Ideen liefern, was ihr gerne im Laufe des nächsten Jahres hier auf meinem Videokanal sehen wollt. Ab nächster Woche gibt es dann also wieder wie gewohnt jeden Samstag ein Tutorial und bis dahin verabschiede ich mich. Ich wünsche euch, dass ihr gut ins neue Jahr rüberkommt und freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Jahr wiedersehen.